Ein Kitzbühel-Wochenende ohne Gäste, ohne Zuschauer. Die Stadt ist beinahe ausgestorben, denn wegen des Coronavirus dürfen keine Zuschauer sein. Beim Rennen, das heute auch leider Gottes wegen Nebel und Schneeregens abgesagt wurde. Aber morgen geht es los mit der Abfahrt und das wird dann wirklich absolut spannend. Aber wie geht es eigentlich den Hoteliers, den Gastronomen hier in Kitzbühel? Ein Ski-Wochenende, ein Weltcup-Wochenende ohne Gäste. Ich habe Christian Harisch bei mir. Er ist Hotelier hier in Kitzbühel. Herr Harisch, wie geht es Ihnen momentan so ganz ohne Gäste, ohne Party auch hier in Kitzbühel? Ja, es ist natürlich eine Katastrophe. Dennoch sind wir froh, dass das Rennen stattfindet und dass wir ein spannendes Rennen gestern und hoffentlich auch morgen ein Sensationsrennen erleben werden. Da muss man durch. Das trifft nicht nur uns. Gesundheit geht vor. Da gibt es viele Menschen, alleinerziehende Mütter, die nicht wissen, was sie mit den Kindern, wie sie das weitermachen sollen, die um den Arbeitsplatz zittern. Also so gesehen muss man einfach sagen, es ist eine Pandemie, es ist ein Desaster, es ist eine Katastrophe. Aber wir schauen in die Zukunft und wir sind bereit, die Saison spätestens im Sommer aufzunehmen und stärker rauszukommen, als wir reingegangen sind. Kitzbühel ist ja auch bekannt für Party, Party, Party und Prominente. Der Stanglwirt hätte heuer sein 30. Jubiläum beim Weißwurst-Essen keine Prominenten. Oder haben Sie schon welche gesehen? Denn einige haben ja auch hier ihre Privathäuser. Weiß man da etwas, ob da schon jemand in Kitzbühel gesichtet wurde? Für uns sind die Skirennfahrer die Prominenten. Der Sport ist bei uns der Prominente. Und sonst sind Gäste Gäste. Ob die besser bekannt sind, weniger bekannt sind, ist für uns völlig unerheblich. Die Stars sind die Sportler und die stehen im Mittelpunkt. Und die sind da und darüber sind wir glücklich. Wie glauben Sie, wird es morgen beim Rennen? Wer ist Ihrer Meinung nach der, der den Sieg einfahren könnte? Österreich wird morgen zurückschlagen. So viel steht fest. Und ich glaube, dass der Matthias wieder auf Nummer 1 Position sein wird, so wie letztes Jahr. Er ist einfach so stark. Er ist in Topform. Und das ganze Team ist gut. Also es gibt richtig eine Spannung gestern bereits. Aber morgen, glaube ich, wird es noch einmal spannender. Und morgen steht der Österreicher vorne. Weil wir beten zu Gott, dass die Skirennfahrer schneller sind als unsere Regierung beim Impfen. Ein schönes Schlusswort. Danke vielmals Herr Harisch. Ja, wie gesagt, alle setzen morgen bei der Abfahrt auf Matthias. Er wird es hoffentlich bringen. Er wird am Stocker stehen. Hoffentlich ganz oben auf Platz 1. Wir drücken natürlich die Daumen und sind auch live dabei.